Heute nicht, Klausi. Ich glaube, wir beginnen mit dem Übungshang da drüben. Die Kinder lernen das Skifahren an einem kleinen Hügel. Zum Losfahren schiebt ihr euch langsam mit den Stöcken an. Zum Stoppen dreht ihr die Skispitzen nach innen. Skifahren macht Spaß. Wir gehen wieder rauf und fahren gleich nochmal. Auf Skiernberg aufzulaufen ist gar nicht so einfach. Hallo, wenn ihr wieder rauf wollt, dann müsst ihr seitwärts laufen, so wie ein Krebs. Alle laufen seitwärts wie die Krebse. Madame Gazelle, wir möchten Sie mal Skifahren sehen. Oh, ich weiß nicht. Bitte. Also dann. Hoppla. Das war unglaublich. Ja, ich war mal Weltmeisterin in Skifahren und habe diesen Pokal gewonnen. Oh. So, welche Mama oder Papa möchte mal probieren? Warum nicht? Bist du sicher, Mama Wutz? Du bist seit Jahren nicht gefahren. Das ist doch wie beim Fahrradfahren, Papa Wutz. Man verlernt es nie. Hier ist der Übungshang, Mama Wutz. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu geübt für den Übungshang. Wo geht's denn hier lang? Den ganzen Berg hinunter. Meine Mama rast den ganzen Berg hinunter. Oh, wo sind die Bremsen? Oh, sie kann nicht bremsen. Wir müssen sie einohlen. Oh, Achtung! Mama Wutz fährt auf ihren Skiern die Straße entlang. Oh, Achtung! Alle sitzen im Bus und verfolgen Mama Wutz. Boah! Meine Mama fährt ja super schnell. Oh, Achtung! Oh, Achtung! Oh, Achtung! Das ist für Oma Wutz Gartenparty. Oh, was ist eine Gartenparty? Ein Fest, wo Erwachsene rumstehen und reden. Wirklich schade um das schöne Zelt. Ein Zirkus wäre doch viel spannender. Dann mach doch einfach selbst einen Zirkus. Ja, und wir nennen ihn Peppers Zirkus. Bist du schon fertig mit dem Zelt, Opa Wutz? Die Gäste werden bald kommen. Oma, wir machen einen Zirkus für deine Gartenparty. Eine wundervolle Idee. Mit Verkleiden? Natürlich, ich hole die Verkleidungskiste. Wir können klaut sein. Und Akrobaten. Und Jongleure. Mein Papa war beim Zirkus. Boah, was hat er gemacht? Eintrittskarten verkauft. Hier, in der Verkleidungskiste ist bestimmt für jeden was dabei. Peppa hat einen Zylinderhut gefunden. Klausi Kleff hat eine gepunktete Sporthose und einen Schnurrbart. Pedro hat ein Clownskostüm gefunden. Wer braucht Schminke? Ich bitte. Was wollt ihr denn sein? Ich wäre gerne der Clown. Aber Peppa, wo ist dein Clownskostüm? Okay, du bist der Clown. Und ich wäre gerne der starke Mann. Ist gut, Klausi. Du bist der starke Mann. Ich möchte Jongleur sein. Aber das möchte ich gerne sein. Boah. Okay, du bist der Jongleur. Opa, ich habe jetzt überhaupt nichts zu tun. Du bist der Zirkusdirektor, Peppa. Du hast schon den Hut dafür. Was macht der Zirkusdirektor? Der Zirkusdirektor ist der Chef. Ja, ich werde Zirkusdirektor. Mama Wutz arbeitet an ihrem Computer. Mama! Hallo, Peppa. Lucy redet ganz viel Unsinn. Tu ich gar nicht. Doch. Sie hat gesagt, dass ich vor langer Zeit mal ein Baby gewesen bin. Das warst du auch, Peppa. Guckt, ich habe hier ein paar alte Fotos auf dem Computer. Was glaubst du, wer das ist? Das ist Baby Alexander. Baby Alexander ist Peppas Cousin. Nein, das bist du als Baby, Peppa. Baby Peppa. Hört sich so an, als hättet ihr hier Spaß. Guck mal, Papa. Das da ist ein Foto von mir, als ich ein Baby war. Ich kann mich noch gut erinnern. Das war an unserem ersten Tag in diesem Haus. Wie meinst du das? Wir sind hier eingezogen, als du ein kleines Baby warst. Wir hatten unsere ganzen Sachen oben auf unser Auto gepackt. Mama Wutz hat ein paar Bilder aufgehängt. Papa Wutz hat ein Regal aufgehängt. Und Opa Wutz hat uns einen wunderschönen Blumengarten angelegt. Wo ist Opas wunderschöner Blumengarten hingekommen? Papa Wutz hat ihn gepflegt. Ähm, wir haben hier nicht den richtigen Boden für Blumen. Oh. Und ihr habt Platz zum Spielen gebraucht. Ihr beide habt so gerne im Garten gespielt. War Luzi früher auch schon meine Freundin? Ja. Du und Luzi, ihr wart schon immer beste Freundinnen. Sind Luzi und ich denn früher auch schon im Matschie-Pfitzen rumgehüpft, Mama? Nein, Peppa. Ihr wart Babys. Ihr konntet noch nicht mal laufen. Oh. Was haben wir denn gemacht? Geschrien? Also, jetzt geht es an ein paar kleinen Bäumen vorbei, bis wir zu einem großen kommen. Ich glaube, die kleinen Bäume sind jetzt groß. Oh, ja. Irgendwie sehen die alle groß aus. Woran erkennen wir dann den richtigen großen Baum? Oh. Normalerweise laufe ich gegen die Bäume. Mama Wutz hat den großen Baum gefunden. Schlaue Mama. Ich wusste, dass er noch da ist. Alle Mann hier lang. Sind wir schon in der Nähe vom Fischteich, Papa? Wir sind gleich da. Aber ich habe schon ein bisschen Hunger. Kein Problem. Unterwegs gibt es ein Kaffee. Oh, herrlich. Ich hätte gern eine schöne Tasse Kaffee. Kriegen Schorsch und ich dann ein Eis, bitte? Natürlich. Alle kriegen ein schönes Eis. Das Kaffee ist ungefähr genau hier. Oh. Wo ist das Kaffee? Ist es hinter diesem ollen Holzhaufen? Ich glaube, dieser olle Holzhaufen ist das Kaffee. Oh. Na toll. Das war's dann wohl für heute mit Eis und Kaffee. Hallo. Was darf es denn sein? Oh. Eine Tasse Kaffee und dreimal Eis, bitte. Bitteschön. Dankeschön. Hm. Wie köstlich. Nächster Halt. Der Fischteich. Hier lang. Oh, da würde ich nicht lang gehen. Da geht es mitten in eine Brombeerhecke. Papperlapapp. Das ist eine Abkürzung. Die bin ich schon als kleiner Junge gegangen. Nein. Wenn ihr zum Fischteich wollt, müsst ihr den Weg da entlang gehen. Also ich nehme die Abkürzung. Na gut. Wer möchte denn gern durch eine Brombeerhecke laufen? Ich. Und wer geht lieber auf dem Weg? Ich. Wer zuerst da ist? Ich bin zuerst da, Peppa. Tschüss.